An sich nicht. Aus den Player Picks war jetzt 88er Marcelo von Lyon drin. Ja moin. Hörst du uns hier? Nibro hörst du mich? Nein, er hat mir in den Chat geschrieben. Nibro hörst du mich? Sieht man? Sieht man? Ja. Wie ist... Ich darf kein Auto treffen, ich darf kein Auto treffen. Scheiß drauf, er geht Alarmalagern. Der pfeffert das Ding. Deine Eltern wurden schrägst hoch und so. Dicker, der hat uns hier einfach aus dem Fenster rausgepfeffert. Also pass auf. Er spielt den Steilpass auf Neymar, da ist noch gar nichts. Ich grätsch ihn weg, Neymar steht 10 Meter im Abseits. Und er passt ihm zu Neymar. Und dann schiebt er ihn rein. Ja, das ist wirklich schade. Hä? Der Ball kommt von ihm. Jungwin Zorn. Abgefälscht, drin. Ja, das war klar. So. Ja, klar, aber nicht. Klipp. Da hab ich mir so, okay. Scheiß drauf. Wofür gibt's jetzt Elfmeter? Hä? Lass mal durchlaufen oder speichert das mal. Der ist gegen meinen Boateng gelaufen. Also mindestens ein Runde-Aldo-Team auch so weak, ne? Also, komm. Ich seh schon, komm bei dir, ne? Ah, Walkout, Goldkarte. Oh, in Fork! Portugal! Ja! 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 Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Nein! 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 Du bist jetzt nicht da, weil du keinen Bock hast, das ist was anderes, so. Dann sag ich dir so, ja dann... Ja, es reicht aber nicht. Es reicht wieder nicht. Egal wie schön das Tor ist, es reicht nicht. Machst die schönsten Tore, aber trotzdem verlierst du. Kannst dich gar nicht drüber freuen. Ja. Danke. Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen! Ich kann machen, was ich will. Komm. Gehen, vamos. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Die neuen Schweizer im Team, ja ja, Timmy, die sind so krank, Alter. du mal nicht. Gegenruf. Ja. guck mal wie ich da stehe er muss nur so machen er geht da rein und dann gehen wir raus alter ich fasse es nicht junge was macht ob da was macht mein keeper da könnt ihr mir sagen trinkt da gerade kaffee trinkt mein keeper da gerade kaffee was was macht mein keeper da ja scheißegal hat eh keine chance aber was macht mein keeper ja man alter mit ansage alter könnte das eine vielleicht mal kippen scheißlappen scheißlappen wer denn er macht ihn nicht wer denn er macht ihn jungs ich hab alcan gezogen jungs ich hab alcan gezogen ich hab alcan ich hab alcan ich hab alcan Jungs, 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 Roberto Carlos, Roberto Carlos, Roberto Carlos, Roberto Carlos. Nicht mit den Karten, die wir haben, die sind... Fixie Hartmann, was ist das denn für ein Name? Können von Max Malle sein hier, FC Sevilla, mit Desai und R9 und so, oh Mann, Alter, auch noch gegen so einen Deutschen. Meine bewegen sich wie LKWs, meine Spieler, wie LKWs, die bewegen sich wie LKWs, ich bin so sauer, ich bin so sauer, so sauer, Mann! So, du brauchst dich rechtfertigen Gegner, machst du so in den Trugscheine. Ja. Oh! Oh! Oh, Junge, was geht, Lach? Was, du bist so... Was denn, Armin, Armin, was denn? Tim, wie war... Wie... Hab ich gut gezogen für dich... Was das... Tim, hab ich gut gezogen für dich, Tim? Tim, Tim? Habe ich gut gezogen? Tim, oh! Oh, das war voll knapp. Tim, habe ich gut gezogen für dich? Mi ist gut? Ja? Hä? Dritter Spielerwahl, komm. Bitte, 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 bitte. Oh, es lädt lange. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hakuna Matata! Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata. gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. ... ... ... ... ... Vielen Dank.